Als der Asphalt weg war, war es am Anfang noch gut zu fahren, weil der Sand war ein sehr komprimierter Sand. Ich bin ein klassischer Wasserträger hier jetzt, wenn man das genau anschaut. In dieser Bucht, in der wir hierhin wollten, hieß es zwischen November und März extrem viel Walfisch. Wenn man das lange anschaut und einen Sonnenstich hat, dann meint man vielleicht ein Walfisch. Aber doch, das sei so, dass die Grauwale, und das sind riesige Tiere, die kamen dann aus der Arktis runter, 12'000 Kilometer, und sich in dieser Bucht befruchten und gebären. Wir haben keine Walfisch gesehen. Ich selber habe dann gross verkündigt, dass der dort hinten Beton gebaut hat. So in diesem Stil, wie ich sie hier einmal gesehen habe. Und Luca war vorne weg und hat mir nachher gesagt, ich habe immer geschaut, was sind die Beton gebaut? Hast du denn diese Beton gebaut wirklich auch gesehen? Ich meinte schon, ich habe etwas gesehen, aber war eigentlich nichts dort. So wie die Beton bunches sind, wird die BetonASON genommen haben. Ich muss das dare auf der da es woanders gucken. Vielen Dank.